Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nein, Petri, hier geht's lang Hey, wartet auf mich Hey, Freunde, wer ist Hip und wieso laufen wir vor ihm weg? Hip und seine Freunde Dussel und Schnarcher sind die größten Ärgermacher im großen Tal Manchmal können sie ganz schön gemein sein Oh ja, das können sie, das können sie Sie sind hier irgendwo, ich kann sie hören Hier, der Weg sieht gut aus, ja, der sieht gut aus Seid vorsichtig, nicht, dass wir auf eins von diesen Eiern treten Eier? Was denn für Eier? Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag Und die helle Scheibe leuchtet weit Kommt und spielt mit mir Abends neue Leibmann hier Und immer finden nach Hause wir In einem Land vor unserer Zeit Vor unserer Zeit Freunde, das sind nicht nur irgendwelche Eier Das sind Schnellschnapper-Eier Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne Machen wir Rührei draus Hey, das könnt ihr nicht machen Rüh sie nicht an Nicht machen Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen Es ist zu gefährlich Dann bringen wir sie weg So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen Oh nein, nein, nein Was ist, wenn Eier-Mami kommt und nach die sieht? Ich hab ne Idee Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnapper-Mutter Dann kann der Rest von uns ne Fliege machen Das ist eine ganz schön gemeine Idee Oh ja, oh ja Was denn? Er kann fliegen, wir nicht? Wartet Hip hat mich auf eine Idee gebracht Oh nein Ach ja? Hör zu, eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Hm Mhm Also können wir mithilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken Und Schnellschnapper uns folgen Mit Absicht Dick Du hast sie doch nicht mehr alle Das hast du gut gesagt, Hip Ja, der hat nen Knall Die Schnellschnapper-Mutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst Genau Darum geht's ja Also für mich ist das ne Schnapsidee Ich wünsch euch viel Spaß Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun Vielleicht tun sie auch euch weh Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ach, na schön, wo ist mein Ei? Wir müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser In dem großen Berg, da ist eine Höhle, die ist gerade richtig Na schön, bringen wir die Eier da hin Aber das, das ist ganz schön sehr weit weg Je weiter, desto besser, oh ja Ja, das, 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 das bewegt Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht Ein Schaufzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe Dann sollten wir uns beeilen Los, kommt! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe Wie ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja Und sie will ihre Eier zurückhaben Na schön Hip und ich werden sie ablenken Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen Da treffen wir uns dann Ähm, 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 ähm Jetzt komm schon, Hip, reiß dich zusammen Hey, hier drüben sind wir Sieh mal, was wir hier haben Schnell, rein zu den Bäumen Wir beeilen uns Nicht mehr zurücksehen Los mir nach Und vorsichtig mit diesem Ei Wenn es kaputt geht, wäre das Gar nicht schön Ich weiß nicht, ob Diese Sache auch gut geht Was ist, wenn Die Schnellschnapper-Mutter uns fressen will? Lassen wir doch die Eier hier Und laufen weg Wir sind zu dicht Zu dicht am großen Tal Unserem Zuhause Sie rollt sie Garantiert zu uns zurück Lauft nicht davon Wir schaffen schon Oder habt ihr Angst? Angst? Ach, pfff Ich hab keine Angst Hast du Angst, Dussel? Naja, vielleicht Ich meine, nein Ich hab keine Angst Schön Dann, äh, machen wir uns an die Eierarbeit Ich hoffe, Littlefoot und Hip passiert nichts Tolle Idee Wir sitzen in der Falle Und was wollen wir jetzt machen? Ich hab da was vor Vielleicht noch so eine tolle Idee Wie in die Schlucht zu laufen? Halt die Klappe, Hippe Ich muss nachdenken Ich sag dir, was wir machen Wir lassen das Ei sausen und zischen ab Wir lassen das Ei nicht im Stich Ich verschwinde Zischen Wenigstens hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein, verzieh dich! Nein! Hör auf! Nein! Nein! Mensch! Lass mich in Ruhe! Halt durch, Kip! Kip, fang auf! Danke! Schon gut. Also, danke gleichfalls. Was ist das? Ihr habt es geschafft! Oh ja, ihr habt es geschafft! Wir haben zusammengehalten. Das war super gut! Was stehen wir denn hier rum wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnapper-Mutter uns schlechter verfolgen. Mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein. Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei. Äh, als nächstes seid ihr die Schnellschnapper-Köder. Das gute Idee! Wir sehen euch im Tal! Viel Glück, Chomper! Keine Sorge, Littlefoot. Das schaffen wir schon. Denn ich weiß, wie Schafzähne denken. Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen. Bist du bereit, Dussel? Oh! Hey, alles wird gut. Wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei. Ah! Für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt. Was soll das heißen? Ich... Ich bin kein sehr guter Schwimmer. Kein Problem. Ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer. Wollen wir mal sehen. Hm. Das müsste gehen! Und jetzt komm, Dussel! Wenn du dich hier dran festfällst und strampelst, dann passiert nichts. So wie ich, siehst du? Hey, Chomper! Warte auf mich. Ah, ah, ah. Hilfe! Ah. Ich komm ja schon. Pack meinen Hinterteil. Los. Fuck mein Hinterteil! Ääh. Oh nein, das Ei! Ich habe es! Gut gemacht, Partner. Ja, habe ich gut gemacht. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnapper-Mutter folgt. Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen. Ich mache sie auf uns aufmerksam. Ah! 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 Steh rauf damit! Beeil dich, Dussel! Zur Weide geht's da lang! Mir weiß nicht, ob Eitagen gute Idee ist. Petri, es kann dir doch nichts tun. Das ist doch nur ein Ei. Das ist es. Ja, das ist es. Mir nicht Angst tut die Ei, mir Angst tut die ganze geheimnisvolle Jenseits. Das ist ganz schön knapp. Äh! Ah! Ding ist verdammt schwer. Mach ich doch. Sei froh, dass ich überhaupt hier bin. Schnell Schnappereier wegbringen, das ist doch verrückt. Aber es muss getan werden. Und es hilft unserem großen Tal. Ha, wer wäre nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest, statt auf den kleinen Schafzahn. Warum sollte ich das tun? Chomper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund. Äh, Littlefoot? Und er ist viel netter als du. Denn du denkst immer nur an das, was du möchtest. Littlefoot! Das Ei! Hä? Hinterher! Wir treffen uns beide unten! Das Ei darf nicht zerbrechen! Ah! Wow! Sie ist direkt hinter uns. Sie kommt! Sie kommt! Habet auf uns! Wir sitzen in der Falle! Schnell, Ducky! Versuch, da oben raufzukommen! Ich helf dir! Ich bin oben! Ich bin oben! Wenn wir uns aufeinander stellen, kann Chompa uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Und jetzt bringt die Eier in Sicherheit, Freunde! Dose, du hast mich gerettet. Ja, na ja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben es fast geschafft. Also, die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder. Die gibt wohl nie auf. Sie liebt ihre Eier. Oh ja, das tut sie. Genug gequatscht. Lauf! Wir sind da! Kommt alle her! Hier wird sie uns nicht entdecken. Kommt alle her! Hurra, Mama ist wieder bei ihren Babys. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Vielleicht wir interessanter. Vrakia! Da drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr grusiklich. Das sind die meisten Babys nicht. Jetzt sind sie bei ihrer Mami Ja, das sind sie, das sind sie Vielleicht haben wir doch das Richtige getan Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen Ja, ja, ja Auf Abenteuerreise gehen War wunderschön, ganz wunderschön Wir haben's geschafft, denn endlich sind die Schafzahneier hier Jetzt sind die Kleinen ausgeschlüpft Das Herz im Leib vor Freude hüpft Vergesst nicht, was sie essen wollen Jetzt lasst uns gehen Wir haben's geschafft, ja, wieder mal Und wir beschützt das große Tal Das war doch klar Wie wunderbar Das Abenteuer war zwar schön, doch jetzt muss es zu Ende gehen Die Schafzahneier sind nicht mehr da Das Abenteuer ist vorbei Oh ja Und jetzt geht es ins große Tal Danke für eure Hilfe, Jungs Gern geschehen Ja, na klar Ich hätte nie gedacht, dass wir mal miteinander Spaß haben Ich auch nicht Die Schafzahneier sind nicht mehr da Das Abenteuer ist nicht mehr da Das Abenteuer ist nicht mehr da Die Schafzahneier sind nicht mehr da Das Abenteuer ist nicht mehr da